Modus Mio wird euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Video-Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wenn ihr das hört, dann seid ihr in einer kurzen Post-Oster-Woche angekommen und es ist Donnerstag und eigentlich habt ihr morgen wieder den letzten Tag der Woche. Sehr wahrscheinlich, wenn ihr nicht kulturschaffend seid. Und ich freue mich, dass ich wieder den Joscha an meiner Seite begrüßen darf, denn der hatte letzte Woche einmal Redepause. Hallo! Hallo, moin, grüß dich! Na, ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich habe ja die Folge mit der lieben Sophie gemischt und auch natürlich reingehört und fand, dass ihr ein super Flow hattet und ein sehr angenehmes Gespräch. Und habe so gedacht, Mensch, da braucht man mich ja fast gar nicht. Und vor allem hat die ja auch krasse Sachen erzählt, was die alles kann. Also auch zum Thema, was Frauen alles können. Also ich weiß es persönlich sowieso, aber wir leben ja leider in einer Welt. Gleich mal vorne weg in dieser Folge, gleich mal Wunde rein, das Tor weit auf von weißen alten Männern, die leider noch an Führungspositionen hier und da sitzen. Naja, und da war es sehr erfrischend, dass ihr zwei da mal richtig schön auch gezeigt habt, hier, beide Mittelfinger sozusagen und an die Männerwelt, was Frauen alles können. Also habt ihr ja nicht verbal gemacht, sondern so fand ich es erfrischend. So kam das in mir hoch, sollte ich mal sagen. Dankeschön, ich würde sagen, dass Sophie vor allem einfach mit einem unfassbar krassen Beispiel vorangegangen ist. Also für den Fall, dass ihr in diese Folge nicht reingehört habt, hört da unbedingt rein. Ich habe mich letzte Woche mit Sophie Chassé unterhalten, die unter anderem bei Anne-Mai-Kantelreit-Bass spielt und ganz virtuos, super krass Fingerstyle Akustikgitarre spielt. Und die hat ganz, ganz tolle Sachen erzählt und das war schön. Ich fand auch, dass wir ein schönes Gespräch hatten. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht sowas werden sollte, wie die Angelika Kalvers unter dem Podcasterin. Also jemand, der unter MusikerInnen, dem gerne so Sachen erzählt werden, ohne so zu sein wie Hotel Matze. Hotel Matze ist natürlich auch ein sehr geschätzter Interview-Podcast, aber ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich ihm machen würde, wäre, dass er seinen Gästen niemals, aber auch niemals irgendeine Art von Widerrede leistet. Und das ist halt so sein Style und ich rieche mich da manchmal auch drüber auf, weil für mich sind da manchmal je nach Gespräch auch oft Sachen, wo ich sagen würde, okay, da hätte man jetzt vielleicht auch mal einhaken können. Aber das ist ja mein Empfinden. Deswegen ist mein Ansinn, ich werde so die Angelika Kalvers, der Podcaster, so wenn ich mir Leute einlade. Vielleicht machen wir das so schön. Kennt das überhaupt noch jemand? Zwei bei Kalvers? So geil. Ich kenne das auf jeden Fall und ich weiß, was du meinst. Ich finde es sehr witzig. Also du bist auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Und ich meine, die Gäste oder Gästinnen, die sind in dieser, die wir bei Modus Mio auch manchmal haben, die sind ja auch einfach wirklich alle super, also darüber hinaus, dass sie musikalisch sind und so, das kann man sich wahrscheinlich denken. Aber die sind darüber hinaus ja auch super, super sympathisch, haben tolle Sachen zu erzählen. Deswegen sind sie auch in so einer Podcast-Geschichte natürlich total richtig aufgehoben. Und also nicht nur, weil Podcast einfach irgendwie so ein Medium der Zeit ist, sondern weil die da auch genau mit ihren Geschichten hingehören, finde ich. Und von daher, ja, also hört auf jeden Fall in diese Folge rein, aber auch in die anderen, wenn ihr Lust habt. Und, aber die war ja auch hier, Sophie Chassé, nochmal einzuhacken, dass die, die ist ja nicht nur talentiert an den Instrumenten, sondern die kann ja auch noch fast alles, was Seiteninstrumente, naja, sie hat das ein bisschen revidiert. Aber viele Sachen kann sie auch selbst bauen, weil sie ist ja Gelernte. Was ist sie nochmal? Ist sie nur Gitarrenbaumeisterin oder was? Ne, Meisterin ist sie nicht, aber Ausgebildete? Ja, fast, also fast Gitarrenbauerin und ich glaube, es heißt Zupfinstrumentebauerin oder irgendwie sowas. Das heißt es, glaube ich, richtig, weil man wahrscheinlich auch mal eine Mandoline zusammenkloppen muss und nicht nur eine Gitarre. Richtig. Aber das hat sie nicht ganz fertig gemacht. Also sie sagt, lackieren kann sie nicht, aber alles andere schon. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge, weil so oft lackiert man ja auch keine Gitarren. Aber jeder, der irgendwie Gitarren hat, weiß, dass die hier und da mal ein bisschen Pflege brauchen und solche Sachen wie Bünde abrichten und solche Späße, die kosten halt auch gut und gerne mal richtig Geld. Und wenn man das einfach selber kann und das auch mag oder grundsätzlich ein Händchen dafür hat, dann ist das natürlich auch schon ganz schön krass. Ja, also hat sie auch gesagt, man kann da, kleine Vieh macht auch Mist, man kann da bei Reparaturen, da wo andere Leute hinlaufen und das reparieren lassen müssen. Im Vergleich zu ihr, da kann sie richtig was sparen. Da fällt ja auch was an, wenn man viel im Einsatz ist, so wie sie, dann gehen Instrumente eben auch mal hier und da so ein bisschen, kriegen die mal einen Hau weg, sag ich mal. Das bleibt nicht aus. Und da glaube ich schon. Also das war schon auch beeindruckend. Und du hast ja auch gleich gekommen und hast gesagt, ja, ich bin eine, die das gern weg gibt und Ruhe hat. Ich interessiere mich da gar nicht für. Also ich komme ja aus einer Handwerksfamilie und man hätte jetzt auch denken können, dass das anders auf mich abfärbt und man kann sagen, ich gebe alles, was repariert werden muss, einfach an Leute, die das können. Ja, sehr gut. So mache ich das auch. Ich bin sehr froh. Mein Neffe hat richtig Bock auf so Werkstatt-Sachen und mit mir, nö. Also ich finde Basteln toll. Als Kind fand ich Basteln toll und ich finde das ehrlicherweise immer noch toll. Und ich könnte mich wahrscheinlich, wenn ich einfach nur so freizeitmäßig unterwegs wäre und nicht das Gefühl hätte, ich hätte auch noch andere Sachen zu tun, dann würde ich vielleicht auch noch irgendwie malen, dann würde ich Sachen zurechtkleben und stempeln und so weiter. Also ich könnte mich auch in so einem Bastelläden verlieren und habe da irgendwie total Bock drauf. Aber Schrauben, Sägen, Kleben, Hämmern und so, also mal ein Bild an die Wand hauen, aber das war es dann halt auch. Und mit Gitarren ehrlicherweise gar nicht. Nervt mich einfach nur. Ich will, dass das funktioniert. Und das habe ich oft bei so Musik-Equipment gedöhnt. Also eigentlich nervt mich oft dieser technische Aspekt da dran, wenn ich nicht weiß, wie Sachen technisch funktionieren. Also auch zum Beispiel am Keyboard, wenn ich nicht direkt sofort verstehe, wie ich irgendwelche Sounds baue und einspeichere. So wenn ich erstmal rausfinden muss, wie das geht, dann bin ich direkt angenervt, kein Bock mehr. Richtig. Da sind wir uns sehr ähnlich, finde ich. Also ich bin handwerklich auch nicht so begabt. Deswegen habe ich in dieser Folge auch, habe ich so gesagt, Mensch, ey, was für talentierte Menschen und in diesem Fall vor allem auch ja Frauen es gibt. Da bin ich immer richtig neidisch, also nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Und mein Schwiegervater ist ja nun handwerklich, da kommt das her. Und meine Frau, Sarah, ist auch handwerklich geschickter als ich. Also wir beide, also du und ich, wir sind da eher so beisammen. Ich sage auch immer, wenn ich mir teuer für teuer Geld irgendwelche Technik kaufe oder auch Logic, unser Aufnahmeprogramm ist ja auch, wobei das ist ja gar nicht teuer für das, was kann. Aber sagen wir mal, irgendwelche Libraries, also Keyboard-Libraries oder sowas, dann will ich einfach, dass das funktioniert. Ich habe keinen Bock, dass dann auf einmal irgendwie Error-Meldungen und hast nicht gesehen und sowohl bei analogen als auch digitalen Sachen, wenn ich dafür Geld ausgebe, dann soll das laufen und mich in Ruhe lassen und so einsatzfähig sein, wie ich das von dem Ding verlange. Genau, aber mal in die Folge, das war jetzt sozusagen nochmal Recap, also für die Folge mit Sophie Chassé, auf jeden Fall reinhören, letzte Woche. Aber du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, wir sind in der Woche nach Ostern und da hast du dir ja auch so ein paar, oder ihr habt euch ja auch ein paar Days off, ja so ist richtig, gegönnt, zu Recht, wie ich finde. Und zwar, willst du verraten, wo wart ihr? Ich war in Dänemark, richtig geil, das war richtig schön, ich war in Dänemark in einem Ferienhaus, da waren wir mit Freunden zusammen und haben eigentlich nur rumgelegen und sowas wie Hotdogs gegessen und Sachen gekocht und ein bisschen Filme geguckt und ein bisschen gelesen und ich habe eine Strickjacke fertig gestrickt, ein bisschen Gitarre geübt, war ab und zu mal laufen, aber ansonsten, ich habe auch viel geschlafen, das finde ich immer lustig, wie dann manchmal der Körper so danach sagt, okay, jetzt legst du dich hin. Das habe ich gemacht, das war richtig schön, also ich finde Dänemark ist irgendwie geil, ich glaube, Norddeutsche kennen das halt auch, also dieses so, oh man fährt halt nach Dänemark, das was vielleicht Leute so aus der Ecke Nordrhein-Westfalen gerne mit Holland mal so machen, das ist so für uns Dänemark und das war ein schönes, kleines, schnuckeliges Ferienhaus mit so kleinen Kaminofen und so. Also das war cool, das war ganz entspannt und was war dann noch so die Woche davor? Genau und ich hatte halt, ich habe so lange drüber und so oft drüber ja hier geheult und geweint und so weiter. Ich habe sie endlich abgegeben, meine Masterarbeit, sie ist weg. War richtig, ich habe sofort irgendwie am nächsten Tag den ersten Druckfehler entdeckt. Datum der Abgabe 31.03.2022 statt 23. Aber es ist direkt auf dem Deckblatt und dachte, okay, das guckt sich vielleicht keiner an. Aber es war so, wo ich dachte, ach scheiße, also das war auch, das wird dir ja auch nicht rot unterkringelt oder so, das war einfach richtig doof, aber jetzt auch egal und auf jeden Fall saß ich, ich saß richtig lange, lange dran. Also bevor ich das abgegeben habe am Tag oder zum Drucken gegangen bin, saß ich noch bis nachts um zwei, halb drei dran, um alles schicki zu machen und alle Quellen und alles nochmal durchzugucken und Formatierung und so weiter. Und dann bin ich am nächsten Tag in so eine Druckerei gegangen, die halt wirklich nur so Bachelorarbeiten und Masterarbeiten so druckt und man kann sich dann aussuchen, ob man das eher so labberig eingebunden haben will oder ein richtig schön. Ich habe mir gesagt, richtig schön, weil ich mache nur einmal im Leben einen Master und habe gesagt, das gönne ich mir jetzt. Und dann bin ich mit meinen dicken Büchern losgelaufen und habe die dann da abgegeben. Und das Geilste war dann halt erst, die Ansprechpartnerin, wo ich die abgeben sollte, die war an dem Tag nicht da, weil die da Homeoffice hatte und meinte, ich soll das dann vorne beim Pförtner abgeben. Da guckt mich der Pförtner an und sagt, ich habe gar keine Ahnung, wo das hin soll, zu Frau Diebel, die kenne ich nicht. Und dann meinte ich, das tut mir leid, aber das wirkt jetzt nicht so vertrauenswürdig. Es wäre schon wichtig, dass die Sachen da ankommen. Und dann habe ich aber tatsächlich noch jemanden gefunden aus dem Institut, der mir das dann auch entgegengenommen hat und das dann alles geklappt hat. Aber der Pförtner war erst so, keine Ahnung, wer das ist. Und ich so, naja, ist jetzt nicht so unwichtig. Scheiß. Oh Mann, ja, aber da hast du, also wie viele Kreuze kann man denn für sowas im Kalender machen? Das heißt ja immer, dieser Spruch geht immer drei Kreuze, das reicht ja eigentlich nicht, gell? Macht man die Kreuze, also woher kommt denn dieses Dusselige-Sprächwort? Ist das, weil man drei Kreuze macht, so auf christlich gesehen? Ich hoffe nicht, dann würde ich das nie wieder machen. Nee, ich finde, man sagt das immer, aber ich weiß nicht, ob man drei Kreuze macht, so wie man die halt in einer katholischen Kirche so vor sich so ein Kreuz baut. Da gibt es eine lustige Geschichte zu. Als ich das erste Mal Weihnachten mit Magnus bei seiner Familie war, die ja aus Nordrhein-Westfalen kommt, und da ist ja alles irgendwie auch ein bisschen katholisch, beziehungsweise die sind jetzt nicht wirklich katholisch, aber zu Weihnachten wird da vielleicht noch ein Tischgebet gesprochen oder so. Ach so, ja. Und dann haben sich auch alle irgendwie so ein Kreuz vor sich gemacht und ich wusste halt nicht, wie das geht. Ich bin ja halt, ich bin evangelisch und bin dann aber auch relativ früh ausgetreten, weil, das können wir an dieser Stelle hier so spoilern, ich finde den gemeinschaftlichen Gedanken von Kirche oder auch Religion toll, aber vieles drumherum auch nicht, beziehungsweise nicht so toll, dass ich gesagt habe, ich muss dafür jetzt so viel Steuern abdrücken, dann spende ich Geld lieber irgendwie, wenn ich das für richtig halte. Also, auf jeden Fall saß ich da und Magnus hat mich nur so ausgelacht und er meinte, das sah so ein bisschen aus wie zur Mitte, zur, äh, völlig überfordert. Und dann auch dieser, dieser verstohlene Blick nach links oder rechts hat das jetzt jemand gesehen. Ach so, dieses, ja, dieses Kreuz, ich verstehe, da wäre ich auch ganz schlecht drin. Deswegen weiß ich nicht, heißt das drei Kreuze machen, bezieht sich das darauf? Ich bin mir nämlich unsicher. Da hätte ich jetzt einen Vorschlag, Nina. Okay. Und zwar, wir könnten es natürlich jetzt auch noch ausführen für die nächsten fünf bis zehn Minuten und dann hätten wir wieder ein Fettnäpfchen mehr für unsere Kategorie gefährliches Halbwissen. Wir können jetzt so smart sein und an euch da draußen das Ding hier öffnen, also ist ja eh für euch offen so, aber jetzt seid ihr gefragt an dieser Stelle und da kontrollieren wir auch, wer bis wie weit reingehört hat und ob ihr nur skippt bei uns oder durchhört, ihr hört natürlich durch, ist ja klar. Also, wo kommt das eigentlich her? Nina und ich hätten jetzt, genau, hätten jetzt den nächsten Schritt machen können in Richtung Fettnäpfchen. Machen wir nicht, wir haben dazugelernt. Wir wollen das einfach wissen, wo kommt das her? Erzählt uns das. Schreibt uns das. Schreibt Nina das, schreibt mir das oder schreibt uns das hier unter, wenn die Folge rauskommt bei Instagram und wie es alles heißt auf den Socials. Das würde uns doch sehr interessieren. Das wisst ihr bestimmt, also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Wir werden das nächste Woche auflösen, Leute. Ja, genau, wenn ihr euch meldet, ansonsten müssen wir alle mit diesem schwebenden Verfahren leben, das will ja keiner. Ne, das will keiner, ansonsten machen wir nächste Woche den Schritt ins Fettnäpfchen oder wir lösen auf. Weißt du was, ich hab noch einen geileren Vorschlag oder wir googeln bis dahin einmal. Ansonsten hätte ich jetzt noch unsere eher selten bespielte Kategorie, Jiggys Katzentagebuch. Jiggys Katzentagebuch. Das schließt nämlich nahtlos an, zu dem Zeitpunkt, als ich meine Masterarbeit abgegeben hab, bin ich dann nach Hause gefahren und war kurz alleine zu Hause und wäre abends eigentlich auch noch auf ein Konzert gegangen mit Magnus. Und dann hat sich meine Katze aber weinend gemeldet. Oh nein. Ja, und man kann sagen, also sie hat versucht mehrfach aufs Klo zu gehen und das hätte ich sonst auch gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht zu Hause gewesen wäre, aber sie hat halt irgendwie ein bisschen laut um Hilfe gerufen und gesagt so, ey, hier geht nix. Und ich hätte mir das normalerweise ja auch nicht angeguckt und dann hat man halt gesehen, dass die irgendwie ein bisschen Blut gepinkelt hat. Oh nein. Das war nicht so schön und dann mussten wir mal wieder in unsere heißgeliebte Tierklinik Norder steht. Und so wie viel Prozent gehört die dir jetzt schon? Weiß ich nicht, aber ich finde so viel, wie ich investiert habe, möchte ich langsam auch Anteile zurückhaben, weil ich hab das Gefühl, das lohnt sich. Alle machen ETFs und du machst ein Krankenhaus. Oh, ich weiß so, was geil wäre für die Tierklinik. Payback. Was? Oh ja. Payback wird sich bei mir lohnen. Ich würde richtig, ich würde fünffach Punkte sammeln. Aber genau, da habe ich dann halt einfach vier Stunden mit dieser Katze gewartet, um mit der Erkenntnis rauszugehen, wie sehen sie nichts? Also so, dass man halt ein paar Sachen sich angucken muss, Blut abgenommen und wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, wir müssen sie nochmal untersuchen lassen. Aber das krasseste war eigentlich, dass die Behandelnde Diätsin solche Sachen gesagt hat wie, naja, bei so geriatrischen Patienten ist das halt so, dass die halt regelmäßig dann mal was haben. Das muss man sich dann halt so angucken. Ui. Also erstmal fand ich den Begriff geriatrischen Patienten für meine Katze irgendwie geil und andererseits natürlich, okay, man muss sich darauf einstellen, die hat halt quartalsweise jetzt irgendwas und dann muss man halt immer gucken, ob es was Schlimmes ist. Das ist natürlich immer ein Schock und wahrscheinlich muss man sich irgendwann mal darauf einstellen, dass eines Tages wird sie nicht mehr fit sein und dann wird es vielleicht das letzte Mal sein. Machst du sowas wie, also man könnte ja sowas jetzt, wenn du sagst quartalsweise, es gibt ja die Umsatzsteuervoranmeldung, die man auch quartalsweise macht. Du könntest ja einfach so eine Jiggy-Umsatzsteuer-Geschichte beim Krankenhaus einfach voranmelden, damit man auch dann das Finanzielle übers Jahr ein bisschen mehr im Blick hat. Oder ich schließe ein Patreon-Abo ab. Oder so. Oder irgendwie sowas, ne? Also das ist, ja, ja, keine Ahnung, aber das war sozusagen mein Tag, wo ich die Masterarbeit abgegeben habe. Oh nein. Und dann Struggle mit der Katze hatte. Das ist natürlich, da hat Jiggy so ein Timing wie die Mio-Band. Kein gutes. Was? Das war jetzt ein Scherz. Das war ein Scherz, der war schlecht. Wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Nee, aber insofern, das war so ein bisschen die vorletzte Woche und dann habe ich danach ein bisschen gerödelt und dann war Urlaub und jetzt langsam geht es wieder so an das Thema Setlisten überlegen für die ersten Gigs im Mai. Da können wir gleich zu den News mal gehen. und wieder üben, ein bisschen singen, so am Start sein, all solche ganzen Sachen. Das findet jetzt wieder mehr statt. Das ist ganz schön, da muss ich jetzt auch wieder reinkommen, aber ich bin wirklich froh, dass ich es so hinter mir habe. Ja, glaube ich. Mal gucken. Irgendwann wird ja eine Einladung für eine mündliche Prüfung kommen. Hoffe ich. Wenn die nicht kommt, habe ich nicht bestanden, aber ich denke und hoffe mal, dass ich das irgendwie bestanden habe. Doch, auf jeden Fall. Genau. Und dann ist es jetzt aber durch und jetzt geht es ein bisschen wieder ums Musikmachen. Aber lasst uns mal in die News gehen. Wir spielen im Mai drei Konzerte und ich werde euch jetzt damit so lange nerven, bis die Dinge ausverkauft sind oder so. Und außerdem spielen wir überhaupt im Oktober richtig, richtig viel. Also quasi, da ist gar kein Wochenende bei, wo wir nicht spielen. Also wir spielen den ganzen Oktober und es kommen sicherlich noch ein, zwei Konzerte dazu und ihr könnt euch für alles schon Tickets holen. Und noch eine richtig krasse News. Erstmal gehe ich auf die Termine im Mai ein. Am 20. Mai spielen wir in Hamburg, am 25. Mai in Buchholz in der Empore und am 26. im Kupp Bad Oldesloh. Und richtig krass, wir spielen im August Support für Stefanie Heinzmann. Du düb, so nämlich. Und zwar am 12.8. habe ich mir gemerkt. Ja, Unna. Siehste, du hast es auch gemerkt. Sehr gut. So, das lämig, Leute. Jetzt wird es nämlich hier mal ganz eng bei uns am Tisch. Jetzt sprechen wir nicht mehr mit ihm. Nein, auf jeden Fall haben wir uns richtig gefreut, dass das geklappt hat, weil wir finden auch, dass das musikalisch richtig gut passt. Ja, das stimmt. Und ich freue mich da sehr drauf. Das ist richtig, 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 richtig toll. Und das wird super. Und am Tag drauf spielen wir auf dem Festival, beim Jazz & Joy Festival in Worms. Also es wird auch ein tolles Wochenende. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich, dass wir für die ganzen... Und was ist am 11. August? Am 11. August hast du Geburtstag. Ach, so, also was ist das für ein Wochenende? Wichtig wäre, also, wenn ihr uns jetzt noch so ein paar Business-People zuhören oder Leute, die an heißen Quellen sitzen. Heiße Quellen meine ich nicht Geysire, sondern ich meine damit heiße Quellen veranstaltungsseitig. Ja. Dann lasst doch mal noch einen Gig am 11.8. rüberrutschen. Richtig, feiern wir nämlich richtig. Genau, da hätten wir eigentlich noch Lust irgendwie auch zu spielen. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn man da so eine Rutsche noch draus machen kann. So nämlich. Und dann feiern wir nämlich meinen Geburtstag mal so richtig da ab auf der Stage. Das wäre mal was. Feierst du ab auf der Stage? Ich habe aber noch eine Sache auch. Ich habe mich nämlich jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe und alles so ein bisschen geplant wird, auch schon mal so darum gekümmert, dass ja unsere Konzerte im Mai vernünftig beworben werden sollen. Oh, ich ahne was. Ja. Schieß mal los. Und jetzt gibt es da so eine Geschichte und vielleicht brauche ich da auch die Hilfe unserer HörerInnen. Ui. Bad Oldesloe, muss man jetzt sagen, ist ein beschauliches, süßes Örtchen, aber es ist halt auch nicht der Nabel der Welt. Nicht böse gemeint, das wisst ihr selber. Es ist halt ein kleiner Ort, das heißt, es ist sehr beschaulich. Ja. Eigentlich ist das toll an solchen Orten, dass wenn man solche Orte vernünftig bewirbt oder plakatiert, dass die Leute da mitbekommen, dass man ein Konzert spielt, dass man im besten Falle auch gar nicht so super viel Konkurrenz mit anderen Parallelveranstaltungen hat und sieht, dass das dann halt ganz gut läuft. Genau. Jetzt gibt es eine Herausforderung und das ist so ein bisschen, da müssen wir leider auch ein bisschen von Gurkenmäßigkeit sprechen. Es gibt in Bad Oldesloe nicht so richtig die Möglichkeit, Sachen geil zu bewerben. Was? Warum das denn nicht? Heißt, du kannst dann nicht so richtig sowas wie Plakate buchen. Was? Beziehungsweise, also ich kenne das zum Beispiel, in Hamburg kann man ja plakatieren und auch in Berlin und so weiter und in der Regel ist das auch so, wenn du das über diese üblichen Plakatanbieter machst, dass die in aller Regel für Kulturschaffende oder Kultureinrichtungen auch irgendwelche meistens relativ hohen Rabatte einräumen. Also das ist halt ein bisschen was anderes, als wenn du das Autohaus von Umme Ecke für deine Sommerfestwerbung machst, sondern die sagen dann, naja, der Club von nebenan oder eine Veranstaltung, da gibt es einen ordentlichen Rabatt drauf. Ja. Jetzt habe ich herausgefunden, dass im Prinzip so ein, also es gibt halt einen Typ, das wurde mir so weitergeleitet von dem Club, dass der das halt irgendwie macht und ich müsste da mal so anfragen. Und dann habe ich gesagt so, hey, könnte ich ein Angebot bekommen, ich möchte meine Veranstaltung bewerben oder ich möchte mein Konzert bewerben, dass da irgendwie so stattfindet und ob er mir da mal was schicken kann. Und bekommen habe ich eine E-Mail, wo im Prinzip drin stand, ich glaube, es waren halt 10 DIN-A1-Plakate und 20 DIN-A3, das heißt, die sind auch nicht mal groß. Und was soll ich sagen, es ist ein mittlerer dreistelliger Betrag für 30 Plakate, wo ich auch noch nicht mal weiß, wo die genau hängen. Und ich möchte jetzt nicht so viel über die Konditionen bei großen Plakatanbietern in größeren Städten sagen, aber für den Preis kriegt man ein deutlich, deutlich, deutlich Vielfaches dessen, was man in Bad Oldeslook kriegt. Das heißt, ich muss mich wirklich fragen, ob man so Preis-Leistung nach so einem Verhältnis setzen kann. Verstehe. Und dann habe ich, das Geilste war dann halt auch, ich habe höflich nachgefragt, habe dann gesagt so, hui, gibt es denn für Kulturschaffende oder für Kulturinstitutionen einen Kulturrabatt, wie das es zum Beispiel in Hamburg gibt? Ja. Weil ich ja kein kommerzielles Unternehmen in dem Sinne bin. Und dann habe ich nur die Antwort gekriegt, dann kannst du die Plakate ja selber aufhängen. Au! Gut. Das war, das habe ich so mitgekriegt und ich habe das wirklich, ich habe nett gefragt, weil das jetzt in anderen, ich sage jetzt mal in normalen Städten, sorry to be hier despektierlich, aber das ist nichts Unübliches, also dass es halt solche Rabatte gibt. Ich habe jetzt mich nicht weit aus dem Fenster gelehnt oder war irre unverschämt. Ja. Und jetzt müssen wir sagen, ich bin ein bisschen überfragt, wie ich mit der Situation umgehen soll und ich bin auch ein bisschen überfragt, wie ich die kleine Weltstadt Bad Orleslow vernünftig bewerben soll. Ja. Da, also zum Schluss einmal, da öffnen wir auch mal wieder, ne? Du hast ja auch schon gesagt, da brauchst du die Hilfe oder wärst du jetzt auch mal auf Leute, vielleicht bin ich mir sicher, dass auch Leute aus dem hohen Norden hier uns zuhören und auch auf unsere Konzerte kommen und wahrscheinlich auch aus Bad Orleslow. Was macht man da? Also Leute, das ist eine direkte Anfrage, die zweite direkte Anfrage, die wir in dieser Podcast-Folge an euch haben, das wird die direkte Anfragen-Folge für euch hier. Aber das Wichtigste, um das abzurunden am Ende, ist ja, wir haben ja mega Bock in Bad Orleslow zu spielen und wir wollen natürlich aber auch, dass Leute kommen. Ja, wir werden das ja auch, aber genau, da müssen die Leute kommen. Wir haben einen Special Guest. Wir haben einen Special Guest und wir wollen, dass ihr alle kommt und wir wollen natürlich, dass Leute das mitkriegen. Man muss das natürlich irgendwie auch mitkriegen, das ist natürlich auch klar und darum geht's hier. Also, Caring ist, wie heißt das? Sharing ist Caring. Zur Info noch, auf so bahnbrechende Ideen wie Zeitung kontaktieren bin ich natürlich schon gekommen. Ah, ein Glück. Also, das wird sich sein und auch Facebook und Instagram, aber das Problem ist, und ich glaube, das ist halt wichtig, dieses Online irgendwie eine Veranstaltung bewerben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also der Nutzen hält sich wirklich in Grenzen. Das ist halt, das ist so flüchtig, was man immer jetzt sieht und das Spannende ist, dass das Vorbeigehen an einem Plakat von einer Band, die man sieht, dass das, obwohl das eigentlich auch ein flüchtiger Kontakt ist, irgendwie noch mehr funktioniert, als wenn man im Internet irgendwie an so einer Veranstaltungsanzeige oder an so einem Post mal irgendwie so vorbeikommt. Das heißt, ich würde mich schon eigentlich interessieren, wie man die Leute in echt erreicht. Die Frage ist, wenn ihr aus Bad Oldesloe der Umgebung kommt oder da Leute kennt und so weiter, dann lasst mich doch mal wissen, was man da vielleicht noch so machen kann. Oder vielleicht habt ihr ja auch einfach, vielleicht habt ihr ja das einzige Hochhaus in Bad Oldesloe, was es so gibt und man könnte da noch so einen riesen Banner, so eine Art Backdrop mit so einem Plakat, so einer Plane dranhängen. Auch das würde ich machen. Ja. Ich möchte einen Riesenposter in Bad Oldesloe. Das möchte ich. Das möchtest du? Ja, einen Riesenposter. So. So wie das, was hier, wenn du in Hamburg am Dammtor vorbeifährst, statt einwärts hoch, dann gibt es ja dieses eine Eckhaus an der Grindelallee-Ecke. Ja, oder das am Hafen. Oder das am Hafen. Beim Top 10 oder wie das so heißt. So. Das kostet, glaube ich, 150.000 Euro. Für einen Tag. Nee, ich glaube für 14 Tage oder für einen Monat, weiß ich nicht. Aber egal was von beiden ist, ist beides ganz schlimm. Ja, das stimmt. Naja, aber in Bad Oldesloe kriegst du es ja vielleicht für 130.000. Also, man müsste mal wirklich rausfinden, wie das geht. Nina, das ist ja die Frage, die dich hier brennend interessiert. Was macht man in Oldesloe anders als auf dem Rest der Welt? Naja, oder man müsste wirklich an den Strukturen anpacken, wenn man dann, also ich will das nicht böse meinen oder sagen, aber wenn man dann manchmal sagt so, unsere Veranstaltungen laufen hier nicht so gut, dann sollte man vielleicht überlegen, ob es mit daran liegen könnte, dass man irgendwo ein paar verlorene 20 DIN-A4-Plakate aufhängt, die am Ende keiner sieht und die super teuer sind. Also, das könnte halt natürlich auch, könnte eine Rolle spielen, ohne dass ich da jetzt jemanden sein Geschäft kaputt machen möchte. Aber ich kann mir sagen, ich kann das Geschäft nicht so komplett unterstützen, also von meinen finanziellen Mitteln her. Das stimmt. Aber einmal vielleicht, weil das vielleicht auch die Leute interessiert, weil du jetzt die Größen angesprochen hast. Was, also für die Sichtbarkeit, du gehst auf einer Straße und willst das über, sagen wir mal, 10 Meter auch noch sehen. Ein DIN-A1-Plakat, das hilft schon. DIN-A1. DIN-A1. Und alles, was kleiner ist, schwierig. Genau, also DIN-A1, DIN-A0 ist super. Und dann ist man ja schon in dem Bereich einer sogenannten Großfläche. Also diese typischen, ein bisschen rechteckigen Plakate, die man irgendwie auch so kennt. Aber eigentlich so ein DIN-A1-Plakat ist schon super. Alles, was größer ist, ist noch geiler. Siehst du. Also nur, dass wir mal von der gleichen Sprache sprechen. DIN-A4 ist schön, wenn ihr Weihnachtsbrief schreiben wollt. Für die Sichtbarkeit vom Konzert nicht so das Ding, was wir uns vorstellen. Oder andere Bands auch nicht. Und übrigens zum Plakat, du hast vollkommen recht, Sichtbarkeit und so draußen. Ich weiß durch Plakatierung draußen und nicht durch Socials und Internet und so, dass jetzt Paolo Nuttini dieses Jahr auch wieder in den Stadtpark kommt. Habe ich auch gesehen. Nach Hamburg. Ja. Siehst du. Und das weiß ich eben durch das. Genau. Also es ist schon, es ist schon, hat schon seinen Sinn. Ich könnte auch darauf einstellen, wenn wir im Oktober nämlich in Hamburg wieder spielen, auch im Grünspan, richtig groß, dann wird es auch vorher vom Mio-Plakat. Ich würde mir die Plakate in Hamburg geben. Und in Oldesloh. Vielleicht. Für das Geld, was der haben will in Bad Oldesloh. Da kriege ich in Hamburg so viele Plakate für. Ja. Also das ist wirklich krass. Also deswegen, ich habe wirklich das erste Mal so drüber überlegt. Und das Geilste war halt wirklich dieses höftige Nachfragen. Gibt es einen Kulturrabatt? Und dann klebt die Plakate doch selber. Also Gott. Also jetzt ist das ein bisschen verfahren. Also weiß auch nicht. Ja. Okay. Aber nochmal, vielleicht damit das auch hier nicht doppelt hält besser. Wann spielen wir in Bad Oldesloh? Damit das neben den Plakaten nicht in Vergessenheit geht. Am 26. Mai. Und am 25. Mai spielen wir dann Empore und Buchholz. Da dürft ihr auch Werbung machen. Wäre auch gut. So. Ja. Also da soll richtig, richtig noch was gehen. Und am 20. Mai spielen wir auch in Hamburg im Casino. Genau. Und da wird aber schon ein großes Plakat allein draußen direkt am Stephansplatz hängen. Deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Ja. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen der Plan. Irgendwann werden wir davor ordentlich proben. Dann werden wir auch eine Probe machen mit unserem Mischpult, damit alles wieder eingestellt ist und schön ist. Ich muss mir jetzt demnächst mal Gedanken machen, was wir so spielen. Oder ihr schreibt mir auch gerne mal, welche Songs ihr live von uns in diesem Jahr gerne hören würdet. Das können wir auch mal so machen. Dass ihr mal so Anregungen gebt. Ohne Gewähr, dass ich das auch wirklich alles umsetze. Aber natürlich hilft das, wenn man so Feedback dazu kriegt. Ich habe auch letztes Jahr mal bei einem Konzert Feedback von einer Frau bekommen. Die war bei zwei Konzerten und sich bei beiden Konzerten ein Lied gewünscht, was wir nicht gespielt haben. Oh nein. Und die war jedes Mal ein bisschen enttäuscht. So, warum spielst du das denn nicht? Ja. Und deswegen wird davon auf jeden Fall was in unsere Setlist landen. Ja. Das ist nämlich von unserer Folk-EP so ein bisschen was Akustisches. Das muss da auf jeden Fall rein. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen der Plan. Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit von der Crime-Alley-CD von unserer Veröffentlichung noch was veröffentlichen. Da wird es dann nicht im Zweifel irgendwie riesige Videos zu geben. Weil wir auch in diesem Jahr gesagt haben, dass wir ganz gezielt mal ein bisschen zur Ruhe kommen und nicht mehr diesen Hustle machen können mit riesigen Releases, noch ein größeres Video und so. Ja. Das funktioniert nicht immer. Nee. Aber die Songs werden ja deswegen trotzdem nicht schlecht. Also ein Song funktioniert trotzdem ja wunderbar. Und ich glaube, das muss man sich halt auch immer so klar machen, weil man vor allem durch diese TikTok-ifizierung so sehr gewöhnt ist, dass halt alles mit Bildmaterial versehen ist, ne? Also alles geht nur noch um Video und Bildmaterial und hier und da. Und wenn man sich mal so zurück besinnt, dann war das ja nicht immer so. Also man hat ja auch einfach mal so Alben rausgebracht. Dann gab es so zwei Focus-Tracks oder Singles und dann haben zwei Songs ein Video bekommen. Und die anderen, anderen dann halt nicht. So. Ja. Und diesen ganzen Wettlauf, den kann man ab und zu mal mitmachen und manchmal auch nicht. Und deswegen gibt es halt vielleicht ein kleines oder auch gar keins. So. So nämlich. Sehr gut. Das war viel in den News, ne? Also auch mit hinten raus noch hier Dings. Also das ist echt... Einer habe ich sogar noch. Ich habe noch eine Info. Genau. Ihr wisst ja, also ich mache da von Zeit zu Zeit darauf aufmerksam, wir haben einen Patreon-Account. Da kann man uns regelmäßig monatlich mit einem kleinen Betrag ab 20 Euro, 5 Euro bis glaube ich 20 oder 50 Euro sogar, weil man ganz, ganz viel Geld hat, unterstützen. Ja. Und wenn das was für euch wäre und ihr euch zum Beispiel vorstellen könntet, Mensch, mit Joscha und mit Nina würde ich einmal im Monat ja mal einen Kaffee trinken gehen, dann würde ich die mal auf einen Kaffee einladen. Dann seid ihr mit 5 Euro, ehrlich gesagt, noch ganz schön günstig dabei. Wollte ich auch gerade sagen. Und das Geld fließt in unsere Musik, in unseren Podcast, in das kreative Arbeiten. Und dafür kriegt ihr aber von Zeit zu Zeit auch regelmäßig tolle Sachen. Wir haben da schon ganz viele Demos online. Wir haben ganz viele Live-Mitschnitte, auch abgemischte Konzert-Mitschnitte. Wir haben da andere Aufnahmen. Wir haben da Videos. Also wir haben richtig viele tolle Sachen. Und was halt auch richtig toll ist, wir haben da für euch alle, das könnt ihr euch so dann runterladen, die Sheets für unsere Songs. Wenn ihr selber auch ein bisschen Musik macht, dann könnt ihr euch die runterladen und könnt so zu den Songs ein bisschen mitspielen. Und das wird es für die neuen Songs jetzt auch geben. Also da wird demnächst unser lieber Bass-Kollege Falko Sheets für die neuen Songs machen. Und die gehen dann auch demnächst online so in den nächsten paar Wochen. Und dann könnt ihr die auch nachspielen oder könnt eure eigene Mio-Version machen. Und könnt die vielleicht auch aufnehmen und hochladen, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall sind da dann die Sheets und die Songtexte. Und dann könnt ihr so Playalongs machen. Na, wenn das mal nix ist. Und 5 Euro zum Kaffee, wollte ich nochmal sagen. Ich habe diese Woche schon, ich glaube leider schon zweimal, eigentlich 6 Euro eher ausgegeben. Für einen Kaffee? Nein, für ein Käffchen und noch ein Franzbrötchen dazu. Aber am Campus immerhin. Aber trotzdem. Studentenfreundliche Preise. Ja, das ist so ein neues Kaffee, das aber leider auch lecker ist und so. Und ein Kontrast setzt zur Mensa. Ich glaube, das ist so der Hauptding, warum die armen Studenten da trotzdem irgendwie Geld lassen. Wie auch immer. Also mit 5 Euro Kaffee, das sind schon Rabattpreise, die wir euch geben. Wenn das ein Käffchen wäre. So, also heute, Patreon ist super Sache und genau, Falco ist jetzt demnächst richtig am tippen, tippen, tippen und machen, machen, machen. Und dann werden da geile Sheets noch zusätzlich kommen und das lohnt sich wirklich, da mal rein zu schauen. Hat man was von. Sehr schön. Ja, wo sind wir denn heute jetzt so angelangt? Ich glaube, es gibt noch eine Sache, die nicht so direkt unter News fällt, aber die man hier auch schon mal so anteasern kann und die ein größeres Thema so anbelangt über, dass wir ja regelmäßig halt auch so sprechen. Und zwar wird in diesem Jahr auch wieder der sogenannte Female Producer Prize ausgelobt. Da habe ich letztes Jahr im Orga-Team schon ein bisschen geholfen und mache das dieses Jahr auch. Und dieser Preis sucht MusikproduzentInnen, oder nicht innen, sondern wirklich MusikproduzentInnen, ohne diese gesprochene Lücke, aus allen Genres und will die auszeichnen, sechs PreisträgerInnen, um da mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich glaube auch, also erstmal könnt ihr euch das merken, wenn das für euch relevant ist, da geht demnächst ein Application Call, also so ein Bewerbungsaufruf online und dann könnt ihr euch da bewerben, wenn das was für euch ist. Aber vor allem glaube ich nochmal, das so zusammenzufassen und auch nochmal so mit einem Rückblick auf die Folge von letzter Woche. Und du hattest eben auch nochmal so ein bisschen was von einer Gitarristin angedeutet, weil wir ja regelmäßig darüber sprechen, dass es so wichtig ist, das Thema Sichtbarkeit irgendwie für Frauen in, ja wie soll man das sagen, eigentlich in Fachpositionen, also ich will das ja noch nicht mal sagen, nur auf die Musik beschränkt, irgendwie zu schaffen und möglich zu machen. Und ich hatte neulich erst wieder eine Diskussion, ob es sinnvoll ist, eine Quote einzuführen oder nicht. Und jetzt kannst du ja mal sagen, was du dazu meinst. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das hat sich ja in Teilen, wo es diese Quote schon gibt, auch bewiesen, dass es das braucht. Also das machen ja durchaus auch manche Firmen und ja gut, wenn man jetzt doch höher geht in die Vorstände, da ist es noch sehr langsam, aber auch da tut sich langsam was. Und bei uns in der Branche auf jeden Fall, also wir hatten ja das Thema schon auch bei, was heißt ich, Frauen, also Frontfrauen auf Festivals und so, da kann man erst mal auf den großen Festivals auf jeden Fall auch erst mal lange suchen und aber auch in der Musikbranche generell, also nicht nur was so aktive Musikerinnen jetzt ganz speziell gesprochen angeht, sondern eben auch bei Labels und sonst wo in Verlagen. Und da denke ich auf jeden Fall, dass es das braucht und dass das auch gut ist. Ich finde das auch gut, also weil ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte nämlich neulich ein Gespräch dazu, wo die Frage aufkam, jetzt stell dir mal vor, du bekommst einen Job oder du bekommst einen Gig und du hast den dann am Ende nur wegen einer Quote bekommen. Und ich würde sagen, ja ist doch geil. Also ich glaube, ich hätte da überhaupt gar keine Manschetten bei, weil in der Regel gibt es ja solche lustigen Klauseln wie, bei gleicher Qualifikation werden ne 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 bevorzugt oder du hast halt wirklich eine Quote und dann werden gezielt Frauen irgendwie gesucht. Und ich würde mir denken, ist mir doch egal. Also ich hätte überhaupt gar keine Scheu davor, dass das irgendwas Schlechtes wäre. Und man muss das halt auch wirklich immer sehr differenziert betrachten. Also ich sage das ja öfter mal, ich habe zum Beispiel in dem Musikmachen an sich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich von jemandem bevormundet oder benachteiligt werde, also im direkten Musikmach-Kontext. Wenn es dann irgendwie wirklich um Gruppen geht und auf einmal vielleicht auch viele Boys Club so zusammen sind, wo man die Leute nicht unbedingt kennt, kann ich das zum Beispiel gar nicht so genau sagen, ob man dann das geführt, dass man eher doch eher so die Frau ist und nochmal extra auf den Prüfstand gestellt wird, ob man dann vielleicht auch wirklich was kann. Wo man aber glaube ich wirklich ganz klar sagen kann, dass es einfach immer eine Art Benachteiligung gibt und so. Das sind glaube ich einfach die Strukturen und die sind halt nach wie vor noch nicht so richtig fair. Also da sieht man immer noch Probleme, wie du hast es mit den Festivalplakaten angesprochen. Und halt auch bei den Produzentinnen, das fand ich jetzt auch nochmal krass, ist das halt einfach so, dass ich glaube vier Prozent der Musikproduktionen in den Charts sind von Frauen oder unter weiblicher Beteiligung. Und der Rest ist halt männlich. Und wo ich auch neulich mal eine richtig, richtig krasse Zahl gelesen habe, war bei den Filmkomponistinnen. Oh ja. Zwei Prozent. Und das, also das kann mir keiner erzählen. Also das ist so, das ist halt wirklich einfach Blödsinn. Und die sind nicht alle schlechter oder die sind auch nicht einfach nicht da, sondern das ist halt wirklich, es geht um Sichtbarkeit. Und finde ich, es geht halt auch um die Möglichkeit, Chancen zu geben. Also das ist jetzt auch eine sehr Bauchgefühlmeinung. Und da kann man sich gerne auch unterschiedlich so zu äußern, was man so denkt. Oder du kannst auch gleich gerne mal was dazu sagen, was du als Mann so sagst. Aber ich hab das Gefühl, dass bei vielen Kriterien bei Männern sehr viel eher eine Art Mittelmaß hingenommen wird und bei Frauen halt nicht. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel von einem Festival. Du hast da so einen Nachmittagsslot. Dann ist sofort irgendwie, du stellst eine Frau dahin und dann kommt erst mal dieses Fass, was aufgemacht wird. Okay, rockt die denn ordentlich? Kann die denn richtig spielen? So eine Frauenband. Und wenn du halt eine ähnlich junge, wilde Indie-Jungs-Band dabei hättest, die vielleicht auch ein bisschen wild rumschrabbelt, aber dabei halt viel hüpft, ist das ein bisschen egal. Ja. Mein Bauchgefühl. Was sagst du? Ja, den Eindruck hab ich auch. Aber es ist schon so oft, dass hinterher dann schon gesagt wird, oh boah, die Vorband, die war jetzt echt schlecht, die hätte man sich sparen können oder sowas. Also auch wenn das Jungs sind. Aber es ist halt hinterher und das ist eher so, das ist ja schon fast, ja faktisch vielleicht nicht, weil es ist ja ein Subjektiv, ob man das gut fand oder nicht. Aber es ist ja wirklich wahrscheinlich dann in der Perspektive so gewesen, dass die nicht so richtig super waren, auch wenn die rumgehüpft sind. Und bei Frauen geht es ja, das ist genau das Ding, es geht davor schon los. Also die Vorerwartung, bevor überhaupt der erste Ton gespielt wurde. Genau. Also bei Männerband ist es so, da wurde erst mal gespielt und hinterher wurde es für schlecht befunden oder gut oder wie auch immer. Aber dieses schon, wie gehe ich da ran im Vorfeld, das ist ja das große Thema. Und da denke ich auf jeden Fall, dass das, was du gesagt hast, ein großer Punkt ist, der da rein in die Kerbe schlägt. Ja, glaube ich, nehme ich ja auch. Also da sind Frauen viel doller auf dem Kika, wie man in Norddeutschland sagen würde. Und das ist dann halt sofort, wenn du eine Frau mit einem Instrument siehst, ist es so, oh, eine Frau mit einer Gitarre. Also das hast du ja halt immer noch. Und dann wird halt doppelt geguckt, ob die das denn überhaupt kann. Und ich glaube, das ist wirklich noch ein Problem. Und halt der andere Punkt, der ja auch einfach, finde ich, nicht von der Hand zu weisen ist, dass Frauen insbesondere in der Musik einfach ganz, ganz anderen Schönheitsidealen entsprechen müssen. Also das ist halt wirklich einfach ein Thema. Du musst eigentlich perfekt in shape sein oder sagen wir so, Sexismus wins. Also wenn du halt irgendwie objektifizierbar und sexualisierbar bist als Frau, dann hast du in dieser diskriminierenden Branche eine sehr viel größere Chance, als wenn du mittelmäßig gut aussiehst oder vielleicht auch einfach nicht besonders hübsch bist. Und ich meine das jetzt nicht böse, ne? Aber Ed Sheeran ist jetzt kein besonders attraktiver Mann aus meiner Sicht. Nee. Weißt du so, also das ist so, der entspricht jetzt, der sieht nicht aus wie, ja, keine Ahnung, wer ist denn? Pedro Pascal, den finden im Moment ja alle ganz toll. Den Mandalorian und ich glaube Last of Us und so weiter, wird ja ganz schön gehypt. Ich mag ihn aber auch ehrlicherweise sehr. Also deswegen von meiner Seite auch, Pedro Pascal ist ein sehr, sehr hübscher Mann. Aber jetzt überleg mal, es gibt in der Musik sehr viele Männer, die solche Standards überhaupt nicht halten können oder sehr schlumpfi-mäßig aussehen und sich auch nicht vernünftig anziehen können. Und jetzt überleg mal, du hast eine Frau, die sich einfach nur mit Jeans und Kapuzenpulli irgendwo hinstellt. Das funktioniert in der Regel nicht. Also man erwartet von Frauen einfach andere Sachen. Und allein das ist schon einfach immer so ein krasses Ding. Also ich mache mir ja über sowas ja auch regelmäßig Gedanken. Und auch mit steigendem Alter ist die Musikindustrie Frauen gegenüber einfach wahnsinnig diskriminierend. Müttern gegenüber sowieso. Ja, das stimmt. Jiggy. Ja, die Katze, da ist sie wieder. Das war, sie hat glaube ich den Schlusspunkt, also nicht den Schlusspunkt, sondern den Ausrufezeichen. Deine Aussage gesehen. Exclamation Mark, ja. Die sagt das nämlich auch. Diskriminierung. Und vor allem, wir müssen jetzt nochmal dazu sagen, meine Katze ist ja non-binär. Das stimmt. Deswegen kennt die das halt auch. Ja. Also sie möchte eigentlich, also es ist halt tagesformabhängig, ob er oder sie. Und das weiß man auch bei der Tierklinik nicht unbedingt immer sofort. Ja, also genau. Ich hatte auch heute die Diskussion mit einer Kommilitonin, die auch Gitarristin ist von einer Band, die wir auch kennen. Die so sagte, es geht halt schon auch damit los, wenn die Kinder Musikinstrumente lernen wollen. Also und die Eltern dann sagen, wäre nicht eher bei, gut, ich komme jetzt vom Fach Klavier, da sehe ich sozusagen beide Geschlechter im jungen Alter. Das ist glaube ich so ein Instrument, was beide anzieht. Aber ansonsten danach, also ist es schon so, Frauen eher Richtung Geige, mal querflöte, wäre das nicht was für dich oder querflöte oder sowas. Vielleicht ja auch mal akustische Gitarre oder so, aber auf jeden Fall nicht mit dem Gedanken E-Gitarre, weil immer der klassische Aspekt auch im Hintergrund steht. Natürlich ganz stark und anstatt, dass man, ja, weil keiner sich auch gerne mal in den Schlagzeug ins Keller stellt, um mal zu gucken, ob die Tochter da vielleicht auch mal ganz viel Bock hat, drauf rumzustrechen. Oder E-Bass, ne? Was ist ein E-Bass? Was ist das überhaupt für ein Instrument? Das kann ja keiner mehr... Ja, das wissen ja leider viele Leute auch einfach unabhängig vom Geschlecht nicht, ne? Aber das ist halt genau, so typische Band-Instrumente werden oft von Mädchen so ein bisschen weggehalten. Also Mädchen sollen halt irgendwie auch ein bisschen leise und angenehm sein. Und deswegen ist ein Schlagzeug oft nicht so das Instrument der Wahl. Ja, da hast du auch total recht. Also ich finde, das ändert sich schon. Ich finde, man merkt halt doch in Mäuseschritten, dass sich die ganze Zeit ein bisschen was ändert oder auch ein höheres Bewusstsein wächst. Aber es ist halt einfach auch in Teilen sehr unterschiedlich und zum Beispiel hast du auch immer noch einen ganz großen Unterschied zwischen zum Beispiel Stadt- und Landleben, ne? Also auch da ist das halt richtig krass. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, also doofe Geschichte aus meiner Kindheit. Ich wollte auch immer Gitarre lernen, eigentlich als ich Teenager war. Und Funfact ist jetzt nicht mehr die Musik, die ich unbedingt höre. Aber ich war damals als kleines Teenager-Mädchen wirklich nachhaltig davon beeindruckt, dass ich Avril Lavigne mit einer Gitarre gesehen habe. Ah, siehste. Und ich wollte unbedingt E-Gitarre lernen. Ja, verständlich. Und das durfte ich nicht mit, jetzt wird es einmal kurz privat, mit der Begründung, dass sie doof aus, wenn Mädchen Hornhaut an den Fingern haben. Was? Das war die Begründung von meiner Mutter. Das sieht doof aus, wenn Mädchen Hornhaut an den Fingern haben. Und dann hat das circa nochmal irgendwie fast 13 Jahre gedauert oder 15, bis ich wirklich angefangen habe, Gitarre zu lernen. Ja. Was meinst du, wie gut ich heute wäre? Nein, das weiß man nicht. Aber, nein, also deswegen, ich glaube, ich kann zum Beispiel an meinem Beispiel wirklich deutlich sagen, wie wichtig das ist, dass ich auf der Bühne oder in einem Video ein vermeintliches Idol mit einem Instrument gesehen habe. Das gleiche auch wie Lesha Keys oder Nora Jones, ne? Also das sind ja auch für mich die Gründe gewesen, warum ich dann irgendwie doch ein bisschen Klavier spielen wollte und weg von diesem Klassischen wollte. Das hat mich ja gar nicht so angefixt. Das war ja auch noch so die Zeit, wo man nicht unbedingt immer Popklavierunterricht hatte oder man dann auch nicht genau wusste, wie man solche Lehrer findet, weil es noch nicht so viel Internet gab, beziehungsweise keinen, der das bedienen und befüllen konnte und wollte. Und das war halt ein totales Thema für mich, ne? Also Leute und Frauen, also Frauen, Idole an Instrumenten zu sehen, war richtig wichtig. Und ich glaube, deswegen ist das halt auch immer noch, natürlich ist das wichtig, dass du die Frauen auf den Bühnen siehst. Also Sichtbarkeit ist das Ding, um eben was an diesem Missstand zu ändern. Und das heißt halt auch, Frauen eine Chance zu geben, sie erfolgreich werden zu lassen, ne? So war oft ist ja auch das Argument zu sagen, naja, es gibt halt keine erfolgreichen Frauen. Und dann denke ich so, naja, aber wenn ihr sie nicht erfolgreich machen wollt, also, how soll das funktionieren? Genau. Und eine Quote, weil das war ja eine Eingangsfrage, die hilft nämlich eben erstmal dafür, dass es überhaupt, dass Frauen sichtbar werden, ne? Du hattest jetzt eben das Beispiel, das war jetzt nicht mit Quote das Beispiel, aber Role Models quasi, also, dass sie überhaupt da sind. Und wenn die eben durch eine Quote dahin kommen, ja so what, irgendwann interessiert das keinen mehr, sondern sie haben einfach in dem Moment, wo sie da waren, was angestoßen. Und das verselbstständigt sich dann hoffentlich, ne? Also so, das ist ja die Hoffnung. Und eben, dass man auch an allen möglichen Instrumenten mehr Frauen auch sieht. Und ich fand das ganz spannend mit der Kommilitonin, die meinte auch so, es geht ja nicht darum, dass man jetzt wegen einer Quote oder sowas, ähm, Frauen irgendwo in Position setzt, oder nicht setzt, sondern dass da die auftauchen, die gar nicht quasi die Skills haben, sondern also, ähm, ne? Also um das Beispiel, auch du hattest ja vorhin das andersrum mit der Halb, ähm, mit der Band von Jungs und Mädchen da, ne? Also das und, äh, die mit Jungs eher weniger talentiert und, aber weil die eben rumhampeln, werden sie eher als was Stärkeres wahrgenommen, so ungefähr. Darum geht's ja nicht, sondern sowohl bei Männern als bei Frauen, ähm, muss es halt darum gehen, die, die guten Skills und besten Skills irgendwie an den Instrumenten haben, müssen da und hier spielen. Und das ist halt mal ein Mann und mal aber auf jeden Fall auch eine Frau. Also darum geht's so, also, ähm. Ja, total. Also ich glaube, also wir sind ja auf einer Linie, ne? Also man kennt halt nur diese, diese Argumente von so, ja, gibt keine erfolgreichen Frauen, ähm, oder, hm, das passt nicht, so, ähm, oder, ach, keine Ahnung. Also es gibt ja mittlerweile aber auch international Beispiele, wo man sehr genau sehen kann, dass das nicht so sein muss. Also ich glaube, es gibt halt ein großes Festival, unter anderem in Spanien, dessen Namen ich leider vergessen hab. Was wirklich so, da hast du aufs Festival-Lineup geguckt und hast gesagt, das ist geil. Weil das halt, das war gar nicht so angestrengt divers. Also ich find's ja auch Quatsch, wenn man versucht, auf Krampf da irgendwas so zurechtzubuchen, was nicht cool ist, ne? Aber auch Carolin Kebekus hat das ja mit dem, wie heißt das, Dix-Festival ja auch bewiesen, dass man damit wunderbar einen Tag bestücken kann. Oh mein Gott, Frauen auf einer Bühne. Ja. Und deswegen, es ist halt, ja, also ich bin halt sehr, sehr stark dafür und ich hab da auch noch länger nachgedacht, nach der Folge mit Sophie Chassé, also nochmal, der Hinweis hört da unbedingt rein. Ja. Weil sie ja auch erzählt hatte, mit wie viel Gegenwind sie eigentlich rechnen musste oder gelebt hat oder auch regelmäßig noch oder wie oft sie einfach wegen ihres Geschlechts an ihrem Instrument doch noch in Frage gestellt wird. Ja. Und dass sie das vor allem eigentlich angespornt hat, während es aber ja genauso auch ihren Spaß am Musik komplett im Keim ersticken hätte können, ne? Und deswegen fand ich nochmal wichtig, vielleicht da irgendwie so ein bisschen drauf hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren, dass das Thema noch nicht abgeschlossen ist. Also auch wenn wir, wenn es Leute gibt, die Gender-Debatten langweilig oder doof finden oder sagen, öh, Gendern, meine arme deutsche Sprache, das sind gerne Leute aus Sachsen, die sonst auch nicht so viel schreiben. Aber nein, also deswegen... Fettnäpfchen. Fettnäpfchen. Naja. Nein, also deswegen, ich finde, man muss da irgendwie sich offen zeigen. Also es geht ja vor allem darum, einfach Leute, die sonst in der Geschichte nicht so oft mitbedacht worden sind, einfach vernünftig mit abzubilden. Und das betrifft ja auch unterschiedliche Personengruppen. Und ich finde, das sollten wir besser können als Gesellschaft. Also vor allem als eine vermeintliche Solidargemeinschaft, wie sie sich gerne in Deutschland ja darstellt. Ja. Und ich finde, das sollten wir besser machen. Vor allem in der Musik. Sehr gut. Schlusswort. Das ist gutes, sehr, sehr gutes Schlusswort. Und ich finde das auf jeden Fall, ja, ein wichtiges Thema, das auch immer wieder mal aufzugreifen. Ich meine, du, ja, das klingt immer so doof, hast es dir auf die Fahne geschrieben, sondern es bewegt dich einfach und du versuchst ja auch hier und da verschiedene Dinge anzustoßen und beobachtest, hast ja auch quasi hier eine Lupe drauf und kannst ja immer wieder auch auf jeden Fall nicht nur in der Auswahl der Podcast-Partnerinnen, sondern auch sonst so gut mitteilen, wie es da vor allem auch in der Musikbranche sich das weiterentwickelt. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, der noch weiter vorangestoßen werden muss. Und, aber ich glaube schon, sagen zu können, oder da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, es ist schon auch bei uns im Wandel. Es muss natürlich noch deutlich, deutlich mehr sein. Aber hier und da ist es schon auf jeden Fall sichtbar, dass sich was ändert. Und das ist ja auch gut so. Es muss nur verstärkt sein und werden. Und da hilft zum Beispiel auch eine Quote auf jeden Fall. Sehr schön. Genau. Also stellt euch drauf ein. Ich werde euch von Zeit zu Zeit mit diesen Themen immer mal wieder nerven. Also, aber lass uns doch jetzt so zum Abschluss noch mal vorsichtig in unsere Kategorien hüpfen. Und ich fange mit Thomann an. Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Bei Thomann gibt es heute gar kein Instrument oder gar keinen großen Tipp, bis auf ein paar Sachen, auf die wir zum Beispiel gerade noch warten, die Joscha unbedingt testen möchte und so weiter, die demnächst kommen. Aber das ist ganz schön. Wir haben uns überlegt, dass wir uns demnächst alle möglichen Sachen bei Thomann bestellen. Also erst mal sowieso. Wir bestellen uns da ganz, ganz viel, um in diesem Jahr kreativ am neuen Sound für neue Mio-Songs zu basteln. Und da wollen wir auch mal gucken, was da so ein bisschen bei rauskommt und was man vielleicht für schöne Gadgets noch braucht oder schöne Effekte oder vielleicht brauchen wir mal einen Verstärker oder all solche ganzen Sachen. Und da dürft ihr euch in Zukunft ein bisschen drauf freuen, weil das heißt, wir werden euch regelmäßig so ein paar Sachen vorstellen und vielleicht mal zeigen, wie die so klingen. Und dann hört ihr die vielleicht später schon mal in Demos oder ihr hört die irgendwann auch auf einer fertigen Platte oder so. Aber das ist so ein bisschen der Plan, dass wir so ein wildes Instrumentenkarussell machen für die neuen Mio-Songs. Da freue ich mich sehr drauf und ich finde das total schön, dass Thomann uns dabei supportet, dass wir schöne Sachen ausprobieren können. Weil das muss man sich auch mal so vor Augen führen. Das ist natürlich richtig toll, wenn man sich ein bisschen austoben kann und sagen kann, okay, ich probiere hier mal richtig Sachen aus und nutze die dann vielleicht auch eine Weile. Das ist richtig, richtig super. Und dann können wir euch auch so ein richtiges Feedback dazu geben, wie wir das so finden. Ja, ich finde auch geil, weil Jiggy hat ja schon ein Timing in seinen Beschwerden. Es ging dann los mit, wir werden uns bestellen, bei uns werden zu Hause relativ viele Sachen laut. Und er so, nein, nicht schon wieder. Ja, die Katze möchte eigentlich gerne raus, aber sie möchte halt doch nicht raus. Aber dann war sie auch lange still und dann so, also es ist richtig super, dass wir diese Möglichkeit haben und Jiggy so, nein, das ist richtig nicht schlecht. Siehst du sie? Warte mal, ich mache dir jetzt mal die Kamera so, dass du sie siehst. Ah, Jiggy. Ah, doch, da sitzt sie. Da. Da ist sie. Genau. Ja, Mensch, ja, da muss sie halt, da müssen wir, sie sagt vielleicht auch, jetzt kommt mal zum Ende, ihr seid schon fast wieder bei einer Stunde. Sie hat ja auch nicht ganz, er, sie, es, hat ja auch nicht ganz Unrecht. Und genau, aber da noch einmal das Satz zu schließen, das ist natürlich richtig super. Da freuen wir uns drauf. Wer weiß, ob man eine Kazoo im nächsten Song oder sowas eingesetzt wird oder eine Mundharmonika, mit Sicherheit dann aber nicht von uns. Es sei denn, es wird ein, ich kann nicht so ernst gemeint. Kennen wir jemanden, der so Stevie Wonder-mäßig Mundharmonika spielen kann? Nee, leider, also ich kenne keinen. Also ich meine jetzt nicht so Shanty-Chor-mäßig, so Pust, also nicht so Mundharmonika, sondern einfach richtig, richtig geil. Kennen wir, wir kennen so jemanden nicht, ne? Ich kenne so jemanden nicht. Weil ich finde, dann ist Mundharmonika natürlich super cool, wenn man das so kann. Aber wenn das halt einfach nur so ein Gebrate ist, was irgendwie so ein bisschen wie so ein alter Oper-Chor klingt, dann passt das nicht zum Mio. Nee, das stimmt. Falls ihr richtig krass Mundharmonika spielen könnt, dann meldet euch bei mir. Ja, das auf jeden Fall. Und auch, sagt uns gerne, also heute ist auch wirklich eine Call-to-Action-Folge, ne? Ganz viel Interaktion, was wir von euch wollen. Ihr könnt euch Notizen machen. Und falls ihr der Meinung seid, wir müssen irgendwas Bestimmtes austesten, dann lasst uns das auch unbedingt wissen. Werbung Ende. So, genau. Dann kommen wir zu den nächsten Kategorien. Ich fange mal an mit dem Snack der Woche. Snack der Woche. Wir waren ja in, die Katze, wir waren ja in Dänemark. Und wir haben für Dänemark richtig, richtig typisch, wir haben richtig typisch Hot Dogs gegessen. Hot Dogs mit allem, was dazugehört. Nicht mit Pölzer, weil wir haben die selber mitgebracht, die Würstchen. Und ich zum Beispiel esse auch immer vegetarische Würstchen dazu, weil ich Fleisch auch gerne mal einfach auslasse. Sehr gut. Aber so mit Jalapeños, mit Gurke, mit geröstete Zwiebeln, und Remoulade, Senf, Ketchup, alles, was man so haben möchte. Das ist auch ein geiles, geiler Snack. Ja, auf jeden Fall. Und das kann man sich gut selber machen. Kann man sich voll gut selber machen. Das ist ein richtig, richtig gutes, richtig guter Snack der Woche. Ich glaube, da kann ich gar nicht mithalten. Was hatte ich denn? Ich hatte... Ja, gut. Also wenn... Man könnte es jetzt ein bisschen öffnen zu was Größerem. Ich hatte beim Überostern bei den Schwiegereltern hat Schwiegervater wieder 1A gekocht, äh, gekocht vor allem, gegrillt. Gegrillt, er ist der Griller. Auch gut. Auch gut. Und zwar gab es Lachs. Und zwar Lachs auf dem Grill eingeschnitten, also der Lachs wurde eingeschnitten und dann Zitronenscheiben rein. Dann muss man das nämlich nicht so rüber träufeln, dann ist es schon drin. Und dann auf so Holzbrettern, die gibt es extra dafür, dass das so ein bisschen diesen rauchigen Geschmack auch annimmt. Das gibt es extra so Holzbretter für den Grill. Also, und wer jetzt Bock hat, mal die Saison anzugrillen, vielleicht haben es viele von euch schon gemacht, dann wäre das was. Also kauft euch einen feinen Lachs. Nix, äh, nix, nix doofes. Guckt da mal, dass ihr mal richtig was auf den Tisch da kriegt. Einen ordentlichen Fisch. Einen ordentlichen Fisch. Wenn ihr im Norden wohnt, vielleicht fahrt ihr an den Fischmarkt, vielleicht gibt es da Lachs. Da gibt es keinen Lachs. Der Lachs ist nicht ein Nordseefisch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Aber egal, also frischen Lachs auf jeden Fall. Guckt mal, dass der gut behandelt wurde, wenn es geht. Auf jeden Fall. Und dann haut euch das mal auf den... Oder ihr könnt das ja auch adaptieren auf einen anderen Fisch. Wenn ihr sagt, jo, mit Fisch und Grillen, das kann ich sowieso... Ich weiß, der labert hier schon wieder. Ich weiß gar nicht, was eigentlich ist. Aber ich kann das viel besser. Dann nehmt er halt einen anderen Fisch. Aber das ist schon geil mit diesem aufgeschnittenen und dann die Zitronenscheiben rein und dann auf ein Holzbrettchen. Also das ist schon was Feines. Das könnte man als Snack der Woche mal hier droppen, wenn man das Tor ein bisschen weiter aufmacht. Finde ich einen guten Tipp. Und dann geht es direkt weiter zum Song der Woche. Joscha, hast du was? Nicht direkt. Ich wollte nur einmal noch anschließen. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, bei meiner letzten Folge, letzte Woche hattest du ja mit Sophie gesprochen. Und davor habe ich, glaube ich, Cat, C-A-Doppel-T vorgestellt mit dem Album Change. Und die wurde letztens, wer hat das nochmal gesagt? Ach so, ja. Als wir jetzt Ostern eben waren mein Schwiegermutter, dann war meine Schwiegermutter, meinte so, ey, ich habe im SVR-Radio, glaube ich, wurde die eben besprochen, die Cat. Also es kam raus, dass es Cat ist. Und sie sprach dann von einer Sängerin, die Klavier spielt und Gitarre und eben auch Trompete und so. Also sie ist so Multi-Instrumentalistin und weil wir heute eben so dieses Female-Ding ja auch sowieso schon wieder drin haben, das klingt jetzt so despektierlich, so mache ich das gar nicht, sondern über Frauen und Frauen vor allem als Musiker gesprochen haben. Würde ich euch nochmal das ans Herz legen, ist jetzt nicht mein Tipp der Woche. Ich muss ja was Neues machen, Song der Woche. Aber mir war das auch gar nicht bewusst, dass sie so viele Instrumente, da ist ja auch viel Trompete drauf und ich dachte bei dem Album halt geil, dass so viel die Trompete mit eingebunden wird auf einem Pop-Album. Aber hat natürlich auch den Grund, dass sie das alles spielt. Also auch krass, checkt das nochmal aus. Und ich habe ein Song, wo ist er denn jetzt bitte, von Nina Chuba. Oh geil. Kennen glaube ich viele. Ich will immer was, ich will Dallas. Ja genau. Und ich nehme Wildberry Lily. Lily, Lily, so heißt es. Geiler Song, ist natürlich auch eines ihrer Hits, also mit dem ist sie glaube ich auch so bekannter geworden. Ja, das kann man schon so sagen. Kann man schon so sagen. Auf jeden Fall habe ich den aber gerade frisch als Ohrwurm, weil wir haben den heute in der Uni, musste den eine Kommilitonin bei Ensembleleitung mit uns quasi einstudieren. Und das ist mir wieder angestoßen dann bei mir. Und deswegen, ich habe das ganze Album gehört, das da heißt, Moment mal kurz. Glas, genau. Schlecht vorbei. Ich finde nicht alles gleich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde aber Mangos mit Chili, so wie es losgeht, auch schon ziemlich cool. Und man hört natürlich, und ich glaube, das sagt sie ja auch selber, die Peter-Fox-Einflüsse. Wenn du das mal vergleichst mit den Ideen, die da auf Stadtaffe zum Beispiel sind, das ja viel früher ist. Man könnte das eine oder andere wiedererkennen. Aber von daher, nee, Wildberry-Lilé wäre mein Song der Woche von Nina Schuber. Einfach auch Frauenpower. So, was hast du? Ich habe eigentlich ein ganz lustiges Beispiel, weil ich dazu auch was sagen möchte. Magnus hat mir gezeigt, Lana Del Rey hat ein neues Album rausgebracht, was auch einen ganz coolen Titeltrack hat und Titel, der super lang ist, nämlich Did you know that there is a tunnel under Ocean Boulevard? Und ich habe mich schon ein bisschen auch über das Album so informiert, weil es da irgendwie auch so ein bisschen Kontroverse zu gab, dass Lana Del Rey ständig über toxische Beziehungen und darüber singt, dass sie als Frau ganz schwach ist und sich irgendwie einem gar nicht so gesunden, sage ich jetzt mal, Beziehungsbild so hingibt. Ich würde sagen, eine Frau darf machen, was sie will und ich finde halt ein bisschen lustig, auch dass Lana Del Rey seit, ich habe keine Ahnung, zehn Alben oder so, einfach nur die ganze Zeit dasselbe macht, also auch textlich, würde ich so sagen. Also da ändert sich nicht viel und deswegen, ich würde nicht diesen Song vorschlagen und auch nicht das Album, sondern einen Track von ihr, den ich persönlich wirklich sehr, sehr gerne mag und den ich auch noch ein bisschen schöner geschrieben finde als Song und auch vom Arrangement her, während auf der Neuen sehr viele Streicher und so weiter sind, was ich auch toll finde. Aber der Song, den ich vorschlage, heißt West Coast und der wurde unter anderem produziert von Dan Auerbach, dem Gitarristen von den Blackies, da sind zwei Leute zusammengekommen, die ich wirklich sehr gut fand. Jetzt muss man dazu sagen, den Rest der Platte fand ich so mittel. Also das ist bei Lana Del Rey ganz oft so, die hat dann irgendwie so einen Track, wo ich so ein bisschen aufhorche oder den ich irgendwie cool finde und dann verliert sie mich irgendwo, weil es halt doch zu sehr dasselbe ist oder weil die Sachen mich dann doch nicht so catchen und ich bin da selber auch manchmal ein ganz kleiner Nuschel-Typ so. Aber Lana Del Rey verstehe ich manchmal wirklich auch einfach nicht, was sie singt. Also es wird zu wenig Sprachverständlichkeit mit zu viel Genuss zu einem Mikrofon. Aber West Coast ist ein richtig richtig toller Track, tolle Gitarren und so weiter und einfach sehr sehr gut geschrieben, hört da unbedingt rein. Wer noch ein neues Album hat, wenn wir jetzt die Kategorie haben, wir können ja auch mal drei droppen, ich habe aber nicht reingehört, wir haben aber eine Call-to-Action-Folge hier, deswegen habe ich gedacht, warum nicht nochmal? Es sei denn, du hast schon reingehört und kannst was dazu sagen, dann natürlich nicht. Aber sagt mal Nina und mir, ich sage euch jetzt mal nicht, ob Nina nickt, ob sie das Album kennt und schon reingehört hat, aber Katie Melua hat auch seit, ich glaube, seit Ewigkeiten mal wieder ein neues Album draußen. Man kann ja von der halten, was man will. Aber sie ist halt da, oder was würdest du sagen? Ich fand das auf jeden Fall spannend und zum, also eine dritte Frau hier hinten auch nochmal raus, aber jetzt Call-to-Action, lohnt sich das Album für Nina und mich da reinzuhören? Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, da reinzuhören. Irgendwie, irgendwie, weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da Bock, irgendwie zieht mich was dahin, das immer mal anzumachen, aber ich komme halt zeitlich einfach nicht dazu und habe jetzt so gedacht, auf der Autofahrt ist das vielleicht so ähnlich, übrigens wie bei Lana Del Rey, Lana Del Rey habe ich auch zu Hause reingehört, aber auf der Autofahrt, manchmal höre ich ja ganz gerne neue Erscheinungen auch auf der Autofahrt, aber bei Lana Del Rey und Katie Melua ist das auch so ein bisschen, da habe ich so... Hast du vielleicht Angst wegen Sekundenschlaf oder wie? Ja, so, also es ist jetzt auch ein bisschen nicht ganz nett über die Leute, die Damen gesprochen, aber... Ist ja entspannte Musik, also bei Lana Del Rey finde ich es noch nicht mal so schlimm, weil es ist halt wirklich alles sehr getragen, es ist halt sehr mellow und so, ne? Bei Katie Melua weiß ich das gar nicht, finde ich es eher so, wäre für mich, obwohl es musikalisch anders ist, aber so vom, wie soll ich das sagen, Stimmungsintensität her ein bisschen Richtung Nora Jones oder so, ne? Ja, genau. Und ich glaube, das Album ist nämlich so von dem, was ich gelesen habe... Für eine gemütliche Sonntagsfahrt vielleicht, ja. Oder auch darüber so bis jetzt erfahren habe oder konnte, ist es auch ein bisschen jazzy gehalten sogar. Also von daher, das soll jetzt auch nicht länger gehen hier hinten raus, als es eh schon ist, sagt mal bitte Bescheid, ihr habt ja eh hier so ein paar Aufgaben, ein paar To-Do's für nächste Woche haben wir euch mitgegeben. Habt ihr euch noch hierzu gemacht? Ja. Und da können wir hinten raus auch noch diese kleine Aufgabe mal rein mitgeben. Wer ist, vielleicht ist ja jemand von euch großer Katie Melua-Fan, man weiß es ja nicht, wer da uns zuhört, es ist ja sehr vielfältig wahrscheinlich. Und sagt doch mal, ob sich das lohnt. Dann würden wir das nämlich machen. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Insofern vielen lieben Dank, dass ihr wieder am Start seid. Ich sehe nämlich übrigens auch immer bei unseren Songs der Woche, dass ihr danach auf die Seiten der Künstler geht und euch das anhört. Ihr wisst gar nicht, was Spotify alles über euch weiß. Aber auf jeden Fall kann ich das in den Spotify-Podcast-Statistiken sehen, was für Künstler ihr so hört. Und das Schöne ist, ihr hört alle ein bisschen Miu. Das finde ich toll. Das soll auch bitte so bleiben. Das macht gerne mal weiter. Aber ihr hört auch ganz regelmäßig unsere Tipps, die Joscha und ich euch nennen. Und das finden wir ganz schön. Da fühlen wir uns sehr geehrt. Da freuen wir uns drüber. Und wir haben unsere Song-Tipps jetzt auch in einer Spotify-Playlist vereint. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, welcher Track das war, dann geht doch einfach mal auf das Spotify-Profil von Miu. Und da findet ihr unsere Playlist. Oder sucht nach öffentliche Playlist Modus Miu. Mit U. Wichtig. Weil sonst kommt ihr nämlich, kleiner Tipp, auf die HIP-Hop-Playlist. Ich will gar nicht sagen, ob unser Podcast vielleicht auch ein bisschen der Name davon inspiriert ist oder gar geklaut. Nein. Nein. Aber es gibt eine Playlist, da könnt ihr unsere ganzen Tipps so reinhören. Zwischendurch ist vielleicht auch mal Miu-Song da drin, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr so fleißig in unsere Tipps so reinhört. Und jetzt ist unsere Folge super lang geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich erwarte von euch, dass ihr auf unsere ganzen Call-to-Actions in irgendeiner Form reagiert. Das Wichtigste zuerst, wie mache ich Werbung und bald Oldesloh. Bis dann. Ciao. 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 To make it look easy. 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 And I've paid my dues. I'm acting cool. I'm acting cool. I won't back down. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Video-Equipment.